So, Aufnahme läuft. Schön, dass du in mich reinfliegst. Ja, das geht schon. Ja, ähm, willkommen zurück bei ARK. Wir haben eine Weile nicht mehr gespielt und haben uns jetzt einen zweiten Flugsaurea besorgt. Und Leute, nur fliegen ist schöner. Ich würde ja gerne noch ein bisschen höher. Das mache ich auch gerade. Schön an Höhe gewinnen hier. Unser Ziel, die Insel jetzt weiter erkunden. Da ist die Hübe. Bist du denn? Ich bin hinter dir. Guck mal, wir haben ja eigentlich einen Berg direkt vor der Haustür, muss man ja mal sagen. Wir müssen uns jetzt nur merken, wo wir herkommen. Das finden wir nie wieder zurück. Das ist eine ganz andere Perspektive so, ne? Ja. Ach, hier vorne sind wir. Äh, fliegen wir mal nicht so davon. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Höhe auf. Oh Gott, ich muss meine Ausdauer im Auge behalten. Die wird mir gar nicht angezeigt. Ach so, rechts. Ne, warte mal. Ach, oben rechts. Ah ja. Der Blitz. Tatsächlich. Ich gucke immer nur auf meine, aber... Ich muss nämlich gleich mal einmal zwischenlanden. Sonst falle ich hier vom Himmel. Ja, das wird aber schwierig. Wir brauchen ein sicheres Gebiet, ne? Ja, ich lande ja hier nur ganz kurz. Ich komme gleich wieder hoch. Wie sind das jetzt, wenn ich jetzt hier Space drücke? Aha, direkter Sturzflug. Ja, das ist ja so verkehrt nicht. Batsch. Ist das da gut mit Landen? Äh. Piss Nelke hinter mir. Piss Nelke hinter mir. Mein Dino hat ihm auf den Kopf geschissen. Ist wieder voll mit Stamina. Und... Nein, nein, nein. Flieg, 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 flieg! So. Okay, alles gut. Puh. Alles gut. Puh. Oh, ein Stego neben dir. Mhm. Okay, weiter geht's. Und wieder hoch, hoch, hinauf. Welchen Level hat jetzt eigentlich Ling Ling? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ach so. Ich glaube, irgendwas in der 40. Oh Gott. Ich bin jetzt gerade bei Level 5. Ja, du hast sie ja, also, ja. Du hast sie, glaube ich, geholt. Der andere war ja auch nicht so hochlevelig. Ach ja, Ling Ling war ja so hochgelevelt, ne? Das war doch die, wo wir so ewig gebraucht haben am Strand. Ja. Stimmt. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal da drüben. Ich will zu dem Berg da. Zu dem kleineren aber bitte. Ja, ja, zu dem ersten hier vorne. Da steht oben drauf so, mitten oben drauf so ein komischer Baum. Den sehe ich noch nicht. Oder meinst du einen anderen Berg? Wo bist du denn? Ich bin links unter dir. Meinst du einen anderen Berg? Du fliegst aber auch gerade drauf zu. Ja, aber einen Baum sehe ich noch nicht. Aber gut, das ist ja meine Grafik. Schön alles rechts im Auge behalten. Oh Gott, wir überqueren gerade Sumpfgebiet oder sowas, ne? Du bist viel schneller als ich. Ja, wieso eigentlich? Ja, weil dein Dino höher gelevelt ist und wahrscheinlich schon mehr Punkte hat deswegen. So, und mehr Gewicht tragen kann und so, ne? Ne, weil er einfach höher gelevelt ist bei Geschwindigkeit. So. Ja, Geschwindigkeit. Also beim Verteilen der Punkte. Ja, ja, weißt schon. Also ich hab hier, hier sind doch drei Werke. Das eine über dem schwebt, schwebt dieses Airdrop-Dingsbums etwas. Ja, den meine ich nicht. Das davor ist ein Vulkan, den meine ich auch nicht. Den meine ich auch nicht und den rechts daneben, ne? Der hier vor uns ist jetzt direkt. Du fliegst dir genau drauf zu. Genau, gut. Ich wollte nur nochmal abgesehen, dass wir denselben meinen. Wenn wir denselben meinen, ist alles gut. Ach, guck. Ja, da steht was oben drauf. Häuser? Oder Bäume? Sieht ihr aus wie ein Baum? Im Moment. Oh Gott, ich hoffe, ich komme an und muss nicht zwischenlanden. Hm. Oh, so lahme Schnecke fliegt zu. Hoffe ich aber auch bei mir. Aber es ist noch weit. Es sieht ja immer näher aus, als es ist. Ja. Oh Gott, ich sehe dich nicht mehr. Ist alles gut. Ich bin noch da. Bist du gelandet? Nee. Ich bin noch nicht da. Ich bin zwar noch in deiner Nähe, aber ich bin noch nicht auf dem Berg. Aber ich überlege gerade, ob ich einmal hier kurz zwischenlande. Ich habe Angst. Dass meine Stamina nicht reicht. Aber da unten droppen gerade irgendwelche. Oh, hier oben ist kalt. Ich habe Angst, ich will nicht landen. Da unten lauern bestimmt ganz viele Gefahren. Da fliegen irgendwelche komischen... Was? Adler. Wo? Hier am Berg. Okay. Ich bin umgedreht, habe Angst. Ich lande mal eben hier zwischen. Ich will auch irgendwo landen. Wo? Das sind so kleine Flugviecher. Die dürften eigentlich nichts machen. Ah, Adler. Liegt noch ein Stück. Ich weiß, welchen Berg ich nehme. Was? Ich sage meinem Dino gerade. Nicht. Keine Geräusche machen. Ach so. So, Stamina aufgefüllt. Und weiter geht's. Ich nehme einen anderen Berg. Sag mir, wo? Habe ich erwähnt, dass ich einen anderen Berg habe? Ja. Ich bin sozusagen auf den Berg drauf zugeflogen, auf den wir hinwollten. Dann habe ich mich umgedreht und so rechts ist der... Ach, da sehe ich dich, glaube ich. Ja, da bist du. Weil Adler... Also, das finde ich jetzt nicht nett. Nee. Ich will aber den Flugzeuger nicht gleich wieder verlieren. Nee. Also, keine seltene Pflanze. Was denn jetzt? Ich sehe das gerade ganz schlecht, ob der Hunger hat. Was höre ich denn hier gerade? Nee, das ist nur ein bisschen... Irgendwas ist hier gerade an mir vorbeigeflogen. Stimmt, Adler. Oh, was, 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 was. Hat's gemacht. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich höre Dschungelgeräusche. Oh Gott. Stimmt. Ich haus es, wenn mal ein Flugzeug aus Versehen auf ihr kommt. Oh oh. Das ist ja bestimmt nicht so nett. Oh Gott, Dschungelgeräusche. Ich weiß. Ist ne große Freifläche auf der Land nicht jetzt. Oder oder schaffe ich noch bis zu her? Dann komme ich hinterher. ich schaff noch ein stück ich habe schon nicht verliert jetzt hat man doch bis dahin kommt durch wir landen direkt auf dem gipfel hallo nicht wahr ob ich mich hier vor zwischendurch mein dino ist voll der wird doch noch ich glaube geht das gerade alter kannst du doch jetzt nicht ein standbild geben vor allem will ich jetzt auch nicht rausfliegen da läuft ähm ja nee du solltest überall landen aber nicht da okay ja raptor fliegt noch weiter geht nicht hier oben ist der berg ich habe es gesehen da ist ganz viel zeug hier glitzert alles doch ich kann hier oben weil ich kann hier oben ja ja ist das auch gut aber wir sollten jetzt nicht hier da unten latschen raptor wo ist da unten nicht so weit hier geht das von der stelle wo du gerade gelandet bist warte jetzt bin ich gerade in bäumen ich sehe gerade nichts ich bin ja wie gesagt nicht so schnell wie du ich brauche etwas länger ja ja alles gut mit muschu liegen liegen ist der ferrari muschu ist der fiat kombi das weiß ich aber hier sieht doch ganz gut aus oder hier lande ich jetzt komm alter hier ist gelandet hier ist kristall was hier steht kristall hier steht wirklich überall kristall ach du scheiße aber ich kriege nur steine aus wieso kriege ich nur steine aus ach jay hallo jay das sind metallfelsen hier ne ja ich warte gerade hier ein bisschen hin ich nehme ein dino aber mit ich lasse den nicht irgendwo stehen du musst doch aber warte mal wie wir angreifen eh ne verdammt wie wir angreifen ach maustaste ne du bist doch aber direkt da geht nicht geht nicht ich dachte ich könnte mit dino ne die würde ja gut keinen stein zuhacken scheiße oh wow pfff meine steine meine picke ist kaputt ne meine axt ist gerade kaputt gegangen die axt du musst die picke nehmen mach ich gerade krieg aber auch nur steine von was reden wir denn kristall ne nimm mal die genau nimm mal die felsen achso was muss ich da jetzt nehmen für mehr metall die picke ne ja oh ja ich krieg metall ja ich krieg metall ja ich krieg metall nicht wundern ich schweb ein bisschen über dir dann kann ich loki loki machen oh das ist gut oh scheiße und ich habe nichts zum reparieren ehrlich ich auch nicht ich auch nicht das kann nicht wahr sein der grund für mein schweben moment was brauche ich flint wood thatch da flint hört schon auf und ein flug saurier und ein flug saurier ja das ist ja wartet doch Ich bräuchte mal noch einen Baum. Bitte. Bitte. Toll. Schön, dass ich Thatch kriege, aber Wut brauche. Nee, Flint brauche ich jetzt ein. Mhm. Flint. Wut hier schwierig. Ist hier nicht irgendwo ein stinknormaler Stein? Ja, du kannst ja den anderen versuchen, aber ich kriege keinen mehr, weil ich keine... Ich hab ja keine Picke mehr. Irrsinnig, aber... Das kann nicht wahr sein. Gib mir ein Flint! Danke fürs Metall, gib mir ein Flint. Danke für das Metall, gib mir ein Flint. Da unten ist ein normaler Stein. Wie krieg ich denn keinen einzigen Flint? Das Metallsteine sind... Oh, you're encumbrate. Ah, no. Nimm noch den da unten. Bei der links von dir. Warte mal. Ich bin grad verwirrt. Wieso kann ich jetzt nicht fliegen, sag mal? Oh nein. Hängst du irgendwo fest? Nein. Weil ich zu schwer bin. Und mein Dino auch noch nicht so viel tragen kann. Ja, dann... Oder wirf Steine weg. Ist doch wurscht. Braucht ja jetzt keiner. Habe ich auch schon gemacht. Auch wieder wahr. Guck mal, da links ist doch einer. Was sagt uns jetzt diese Musik? Hier ist ein Kristall. Aber wieso krieg ich denn aus den Kristallen nichts anderes? Hier ist ein normaler Stein. Musik sagt uns das. Ein Flint, zwei Flint. Toll, was fehlt mir jetzt zum Reparieren? Steine oder was? Sag Bescheid. Kriegst du was? Ja, hab ich ja alles. Kriegst du was? Josh? Hanuiér. Ichした, wie gut 계mart hast du was? Du bistвод ist jede Verst Wisconsin?